Also, es wird sich jetzt alles vorbereitet auf den Krieg. Weißt du, ey, es fällt noch... Hol mal, hol mal, hol mal, hol mal, hol mal die Große. Kleine Schnubbelbitte. Haben wir auch Raketen? Nein. Oh, wir werden jetzt andere Raketen nehmen. Was? Träger, auch noch Träger hier. Alle Träger. Träger, auch noch Träger. Träger, auch noch Träger. Träger, auch noch Träger. Und dann, ich werde mit den Knallern spielen. Wir sehen, wer ist zu groß. Für die Floppe ist was anderes. 9mm oder so, da fliegst du ganz weg. Weißt du, was du noch mit dem Topper machst? Ah, ah. Ja, das stimmt auch wieder. Dein Alter noch nicht... Fast immer noch 3, 4 Jahre, dann kannst du den Topper auch mit ihm machen. Hört, hört. Die war immer vernünftig, Tante Dörte. Nicht so wie wir. Wollen sie die Türken, müssen die Albaner hier. Hier gibt's keine Türken. Da kannst du lange suchen. Ja, ja, ganz genau. Wollen wir das nicht klingen? Was an dich? Wollen wir das nicht klingen? Wollen wir das nicht klingen? Was macht du da? Ja, die sind wachspaß. Ja, die sind richtig schön sind die. Das sind Fennig und das sind Ledigkracher, stimmt's? Das sind Ledigkracher. Das sind die ganze Knaller. Ja, die sind die ganze Knaller. Da ist die ganze Knaller. Da ist die ganze Knaller. Ach, welche Tüte? Ich sehe keine. Jede Tüte. Achso. Die Dinger machen auch Spaß, wenn man die Reihen da abschießt. Weil früher haben wir die Einzelne gemacht. Haben wir früher gemacht? Nein, da waren wir in dem Alter, wie jetzt Aileen ist. Natürlich. Ja, ja. Guck mal, mach mal einen. Hier drin? Nein. Warte, kannst du vorne ein Feuerhalsen? Also darf ich ganz schön was zu tun. Ja, die Mom können sich nicht gleich alle einzeln lassen. So. 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 Die Omi von Anna ist ganz sauer. Auf Anna gewinnen, weil ich nicht einmal da war. Ja, würde ich auch sagen. Na. Aber schau, mach mal. Komm noch mal zurück. Ja, warte.